Hallo, mein Name ist Jan Tittmer vom Leica Store in Nürnberg. Wir präsentieren Ihnen heute die neue Tasche von Oberwerth mit dem Namen Jan. Die Tasche ist so konzipiert, dass es unheimlich schnell geht, die Kamera da heraus zu bekommen. Jeder kennt von uns das Problem, gerade hat man die Kamera weggepackt. Es kommt ein tolles Motiv, bis die Kamera bei draußen ist, ist das Motiv weg. Darum hat Oberwerth diese tolle Tasche gemacht. Einfach beim Ziehen, Kamera rausnehmen, fotografieren, fertig. Genauso schnell ist aber auch die Kamera wieder eingepackt. Das schöne weiche Leder schmiegt sich am Körper an. Die Magnetverschlüsse passen sich automatisch der Größe der Kamera an, auch mit verschiedenen Objektiven. Und wenn die Kamera rausgezogen ist, bleibt die Tasche einfach am Gürtel hängen. Schneller kann man nicht mehr fotografieren. Das ist eine Maschinen-Maschinen-Maschinen-Maschinen-Maschinen-Maschinen-Maschinen-Maschinen-Maschinen. Und wenn die Kamera rausgezogen ist, bleibt die Kamera rausgezogen.